Hi zusammen, heute geht es wieder um das leidige Thema, die Ausrichtung. Ich habe ja schon ganz viele Videos über die Ausrichtung gemacht und ihr seht jetzt auch schon am Boden habe ich wieder so einen Stick liegen und prinzipiell erzähle ich euch jetzt vielleicht auch nichts mehr Neues, aber vielleicht einen besseren Weg, wie ihr da hinkommt. Ich erkenne es immer wieder bei mir im Unterricht, da sind wir auf der Matte vor dem Trackman und da habe ich auch einen Stick ausgerichtet und dann kommen natürlich diese ganzen Schwungfehler ans Tageslicht. Wenn ich dann aber mit den Schülern auf den Platz gehe, dann sehe ich erst richtig, warum eigentlich diese Schwungfehler passieren. Und zwar, es ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Ich möchte mal sagen, 95 Prozent aller Rechtshänder stehen auch nach rechts. Warum? Ganz einfach, die meisten denken, sie müssen ihren Körper auf das Ziel stellen und wenn ihr das jetzt mal von der Perspektive seht, wenn ich jetzt hier auf diese Schilder zeige und ich möchte jetzt meinen Körper auf das erste Schild, auf das grüne Schild zeigen lassen, dann steht die Schlagfläche tatsächlich parallel dazu rechts davon. So, jetzt bin ich quasi geschlossen ausgerichtet. Ich hole vielleicht noch normal aus, aber dann weiß ich ja, der Ball muss hier eigentlich wieder nach links. Was passiert? Natürlich kommt der Schläger nach vorne bzw. die Schlagfläche schließt und alles ist eigentlich so ein bisschen durcheinander. Und das ist eigentlich ein absolutes Schulden von der schlechten Ausrichtung. So, jetzt zitiere ich mal meine sehr gute Freundin Elisabeth Estel, mit der ich auch letztes Jahr wunderschöne Videos zusammen für euch gemacht habe, mit der ich jetzt auch ein ganz tolles Camp in Portugal machen durfte. Die meisten richten sich auf den Platz dann tatsächlich erstmal mit dem Stand aus bzw. sie sagt, Arsch zum Ziel. Und das machen tatsächlich die meisten. Die meisten lassen den Hintern zum Ziel steigen und dann kommt irgendwie der Schläger. Und schon seht ihr von der Perspektive, wie ich auf wieder rechts stehe. Also, wenn ihr jetzt einen kleinen Leitsatz aus diesem Video und dann, ich dedicate das dieses Video zu Elisabeth Estel, Arsch weg vom Ziel erstmal. Also, erstmal den rechten Fuß nach vorne, bevor der Schläger überhaupt nach unten kommt, rechter Fuß nach vorne, Hüfte oder Hintern weg. Dann kommt die Schlagfläche zum Ziel und dann kommt der linke Fuß und ich kann mich parallel stellen. Und ihr werdet sehen, es ist Magic. Wenn ich auf einmal nur erstmal offen stehe, die Schlagfläche runterbringe zum Ball, zur richtigen Linie und dann kommt die Hüfte bzw. die Füße erst dazu, dann steht ihr schon mal nicht mehr so meilenweit nach rechts. Ich war diese Woche wieder mit ganz vielen Schülern auf dem Platz. Jetzt endlich geht es draußen los. Und dann konnte man wirklich sehen, alle stehen nach rechts und dann kommt natürlich dieser Schwungfehler. Und wenn ihr meine anderen Videos, die davor, mit der Schlagfläche kennt, was passiert, wenn ich versuche nach außen bzw. zu korrigieren, die Schlagfläche bleibt meistens offen, der Socket ist relativ nah, ich muss immer sofort drehen, drehen will kein Mensch. Also, ihr seht, ein riesen Rattenschwanz ist dann wirklich im Folgeprinzip. Also schaut zuerst Arsch weg vom Ziel, Schlagfläche hin, Füße hin und schon steht ihr besser. Ich bin mir ziemlich sicher, diesen Satz werdet ihr das nächste Mal, werdet ihr dann mich denken bzw. an die Liesl. Und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare und auf eure Fragen, falls ihr welche habt. Ich beantworte alles immer gern. Wenn ihr wollt, folgt ihr mir auch auf Instagram und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.